hallo meine lieben und heute spielen wir road 96 also die vorgeschichte wie road 96 wie alles begann dann fangen wir mal an ok fahrt wiederholen ich glaube nicht ja neues spiel wir machen ein so die kennen wir ja schon und kaito dicke nicht die black brigadens die same terrorist group responsible for the attack wall in 86 try to interfere cowards you'll just have to tune in here to gnn to find out what's that oh my i've just received word that a large sandstorm is set to hit white sands in only a few days as well if you recall the last sandstorm to hit white sand sandstorm colton caused extensive damage but don't worry authorities have confirmed all precautions will be taken to assure nothing like that occurs again white sands what a truly wonderful place to live and i would know like president tyrak himself i'm a resident too and that has been your sonya show total bs okay was muss ich denn jetzt machen ich bin nicht gut darin in solchen spielen ich bin wöbel Ja! Ähm... Ah! Oh! Ouch! Uuuuh! Oh! 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 Ja! 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 Wuhu! Oh! 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 Was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich das denn hin? Oh! Die wollen mich ärgern, ne? Die wollen mich echt in diesem Spiel gerade ärgern. Oh! 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 Rang B! Na, immerhin B. Hätte schlimmer sein können, glaube ich. Durch das übertreffen? Ähhh... Story fortsetzen. ZOE ZOE Didn't we say you were gonna stop playing that thing? Oops, guess I forgot, sorry Vertrauen, okay Interessant Also, es ist ein bisschen anders auf jeden Fall Wie der erste Teil Das ist ein Arcadespiel, cool So Das kann ich hier Der Fenner sieht man in Coton City, ich war dort noch nie Aber Kaido und seine Eltern haben dort früher gelebt Mein Posaunen Man braucht wirklich Talent, um sich so schlecht zu spielen wie ich Irgendwas Da ist nix You're never too young to dream big Genau, also Hund gestorben Wir wissen hier worum es geht Ah, da ist der große Präsident Es geht um seine Schwester Ja, du denkst oft an sie Definitiv, denke ich mal, wenn es seine Schwester ist Der Verlust, denke ich mal Verarbeitet man nie sowas Ach, das war seine Freundin Oh Die Zeit hat alle Wunden Nein Die Wunden werden irgendwann Etwas dumpfer werden die Wunden Aber verschwindet werden sie nie Also man, ich bin doch Künstlerin Ne Ja, ich weiß nicht über das Ja Ich glaube, wir haben alle unsere Dämonen, hm Ja Ja Ich glaube, darüber möchte ich aber nicht sprechen über Mann Dämonen Sorry, aber vielleicht sollte man Sie 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 willst du mir damit sagen so nutze zum rennen ja kann ich hier irgendwas machen die mag ich nicht mehr so little tags was für ein witz ja mein gott da war ich mal 14 hallo ja mein papa ist ja genau oder die den ajas memory okay irgendwo war doch das radio hier die euro hat was das und das hat mir schon ja ich mag den präsident definitiv nicht wenn wir uns mal hier oben so klar schlafecke vielen fall der fälle recht zu sein schlafe ich lieber in meinem bett so unrundlich es auch ist war nicht hier noch irgendwo was ich würde sagen hier ist jetzt nichts was ich wirklich irgendwie brauche also gehen wir mal weiter runter gekommen oder ist das eine alte baustelle da kann ich nicht runter hier können wir hinsetzen ok trinken wir erst mal was futtern alter käse bürger ob ich das brauche jetzt weiß ich nicht aber wir machen es mal nicht hier kommen wir runter hier ist alles abgesperrt leider so gut gehen wir mal runter karte und aja das gibt ärger ja 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 ne ja ich die ich machen kann. Wo gehen wir denn mal hin? Zum Präsidentenpark. Könnte ich gehen. Zum Tyrek-Platz. Was ist Nummer 3? Zu den Oasenvillen. Schwierige Entscheidung. Guck mir mal. Ich entscheide mich. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann, sag ich. Ciao, ciao.